ja freunde mein programm wollte nicht mehr aufnehmen ich musste das jetzt neu starten bin aber schon in der sequenz drinnen dass wir jetzt direkt auf der start drücken können und das heißt es geht weiter also 35 das war das falsche rennen okay ja da war das eine gewesen egal machen wir das jetzt haben wir ein bisschen kohle zusammen das ist ja kein Problem sein das ist ja kein Problem sein auf einmal musst du wieder abbiegen Tobias und dann hast du auch noch das Problem dass diese 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 absperrung die sind meistens also für mich sind die nicht man sieht es zwar war sehr schlecht von wem näher dran ist dann ist es dann meist schon zu spät weil die kann man halt diesen drang haben über zu reagieren so ach geil das sind nicht doch mal bilder so jetzt machen wir das nochmal bleibt das zwölf dann nehmen wir das müsste das jetzt gewesen sein ich habe ziemlich schnell geklickt aber ja kaum ist gut ich meine zumindest dass das 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 ist auch wieder nicht ja ich habe also dann habe ich was am kronleuchtern ne ne das kannst du mal schon knicken die action zwei reifen alter wie nightrider alter wie nightrider alter äh das kann ich mich richtig nicht ne 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 er war es ist es mit dem Nitro in der Kurve dass man da ein bisschen rauskommt da habe ich wahrscheinlich da bin ich zu langsam das weiß ich aber ich wollte ihn wieder aus ja ich weiß schön runterkommen ja ist fein ist gut, hör auf zu brennen boah, du alte Bums, Else haben wir noch gut gemacht, oder? was meint ihr? so, kurz nächtle Arschratte so, jetzt haben wir jetzt auch nochmal müsste jetzt eigentlich, das müsste jetzt das Rennen gewesen sein was wir glaube ich hatten irgendwie vergeicht oder was auch immer wie auch immer so, wir haben es jetzt gefahren werd jetzt Karre wechseln und dann gehen wir nochmal auf die Cops drauf los auf diese stickigen Arsch Bombos da oh, Geld 58.000 oh man, das ist aber echt wenig echt wenig 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 so, 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 so was machen wir jetzt der, ist auch schon vereins das ist eine Pechkalle ich habe mit dem schon so viel Nagelbänder mitgenommen das ist unglaublich so jetzt machen wir das ganze Prozedere noch mal das ist total ja also jetzt ist einfach nur wieder Langeweile schieben ohne Fahrgusschufa 4 ist nichts los und wenn auch was los ist dann haben wir es auch nicht lange weil wir dann wieder so eine dumme Scheiße bauen tja also ich weiß eben meine Rübel läuft drin war falsch sonst würde ich das glaube ich länger hinkriegen bewundere andere die das immer so lange hinkriegen ich weiß nicht was die anders machen wenn ihr ein Tipp habt für mich dass ich länger irgendwie Flucht machen kann oder worauf ich ein bisschen achten könnte das ist interessant dazu gestalten dann bitte meldet euch schreibt das bitte unter dem Post hier und dann das Video meine ich ja ich zeig dir meine Gewalt komm du Lunterfickloch ey komm 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 oben in die richtung gefahren doch erstmal war kaum kommt er dann auch mit deinem scheiß deutsch kommt erst mal woanders lang da kommt der kopf gegen aber auf der verstraße so der zieht an mir vorbei ja das war jetzt wieder feiern komm doch mal weg willst du mich verarschen oder was ey piesbacke langweiler langweiler lange weile lange weile immer ein bisschen zum affen halten wir sind an dem verdächtigen dran ne bisschen nicht mehr mein wagen ist erledigt ich gebe auf und ziehe mich zurück ja oh nein direkt in der last ein gebäubelt wo bin ich schon wieder hin Ja! Oh, jetzt muss man wieder mit Nitro sparen. Langeweile, langeweile. Dumm die Dada, dumm die Dada. Schieb mich mal an! Ach, scheiße. Nicht neben mir. Flach noch ne Tür rum. Fluch. Flach. Wieder deutsche Sprache. Schwere Sprache. Flachiger rufe. Schulschrug. Achahaha! anything you can do if anyone die? Flachiger, ich gucke dich, aber obrig bin dopo Ready? д kacke ich kann jetzt das geil die zeit läuft so für mich ja fahr mal kräftig zurück das hat er ganz alleine geschaut ich wusste nicht mal was machen der karl hat mir beinahe meinen wagen verlegt ich bin direkt hinter dir Ich wollte da eigentlich ein bisschen im Kreis fallen, aber ich habe gesagt, nö, dann mache ich das nicht. Da habe ich ja noch mal ein bisschen Nitro. Schicka Eli, den hätt ich auch mal ganz gerne. So langsam. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Übel, Alter. Ach, Mann, ey, wieso fahre ich denn jetzt mal dagegen? Blöd, Mann, ey. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Warte vor euch auf. Diese scheiß Ruppelwestern hier, ey. Verliere Sichtkontakt. Ich kann nicht mithalten. Ja, dann dreh doch um, fahr rückwärts und fahr vorwärts. Mensch, das kann doch nicht so schwer sein. Wenn du schon so eine beninderte Polizeitesse bist, dann gib mal Gas mit deinem Schlüpper da. Okay, fahr ich durch. Ja, hier geht's auch lang. Ganz klare Sache. Komm mal hier wieder raus, dann pass das, ey. Er hat die Straße verlassen. Fährt jetzt auf den Deutschplatz. Komm, Alter, erzähl mir mal deine besten schlüpfrigen Zeitgeschichten. Verarscht. Nein, nein, ich fahr nur schlauer wie du. La 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 la. Er hat uns gerade passiert. Nimm jetzt die Verfolgung auf. Wow. Los, vorwärts. Drückwärts, still. Wow. Leicht am Arsch mitnehmen. Boah, ich dachte gerade, das wäre schon wieder gewesen, ey. Mamma mia. Holla die Wallpfleger. Schon wieder in der Straßensperre. Fahrzeug fährt durch die Straßensperre. Ja, ja. Verdächtiger verloren. Schickt Einheiten voraus, die das Gebiet durchkommen. Alle an der Verfolgung beteiligten Einheiten. Der Verdächtige wurde zuletzt gesehen in nördlicher Richtung. Auf dem Highway 99. Fahrzeug entdeckt. Schickt Einheiten her. Hilf durch die Straßensperre berat. Ich habe die Löse egal. Hehehe. Erst mal ein bisschen Pimmelbingo-Spiel hier. Ja. Vorwärts. schweres rino schweres ja mach du mal doch schon püppi bleibt wir haben es der fahrer hat die sperren einfach durchbrachen versuchen wir nicht vor diesen typen so wird es nur den auszubrennen da fahren wir gleich noch mal rein wir brauchen die 600.000 haben wir noch nicht mehr das ist ja das hast jetzt 200.000 und so das ist gut da waren wir noch mal so lange die für uns da was parat haben ist das doch schicker verdächtiger lokalisiert wir hängen uns hinter ihm nehmt jetzt einer am anderen mit alter ich finde das geil der nacht war zwar schon mal aber so normalerweise müssen wir jetzt ja bischen oh neuer straßensperre Ah, herrlich. Wer ist durch die Straßensperre gefahren? An alle Verfolgereinheiten hier ist Bravo 28. Wir haben eine Straßensperre für euren Verdächtigen errichtet. Lass den nur kommen. So, dann fahren wir wieder da rein. Sorry, Leute, dass ich gerade nicht viel sage. Versuchen wir gerade immer so ein bisschen zu konzentrieren. Überlebt die rechte Seite, der fürchtige Ausgangs die Seite auf. Oh, hammerhart, Alter. Oh, Mann, ey. Was ist ja? Kurz vor der 5, Alter. Scheiße! Das war knapp. Ich sollte lieber unten bleiben. Oh. Jetzt wird's interessant. Wie lange schaffe ich das wohl? Alarmstufe 5. Mir reicht sich den Kaiser nach vorne. Oh. Der Vorrat hat die Nebelbänder nicht getroffen. An alle Verfolgten. Uh. Das gab aber viel Geld jetzt. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir jetzt hier irgendwie abhauen. Wir müssen jetzt irgendwie was einfallen. Wir müssen zum Stadion kommen und das platt machen. Ähm. 20.000. 20.000. Nein! Boah! Wieder 20.000. Boah, die sind ja schlimmer als Fußpilz. Wo ist das? Alter Schwede! Nein, Mama! Danke, Schatz! Boah! Ey, halt an, halt an! Du blöde Sau! Sind sie mich jetzt verarschen oder was, ey? Fucking here! So, bleiben wir stehen! Yes! Mann, eine Million haben wir zusammengekriegt! Geile Sache, oder was, ey? Ich höre lieber auf, wenn es am schönsten ist! Bevor wir hinterher sagen, wieder alles umsonst! Ja! Geil! So ist es richtig, finde ich schön! So, jetzt können wir auch gegen diesen... Hey, Ronny hier! Ist mir egal, was man so über dich redet! Gegen dich gewinne ich rückwärts! Ich bin bereit, wenn du dich traust, Penner! Sack, Haarschresse! Tja, Freunde! Und... Wir sehen uns im nächsten Let's Play! Husch, husch! Und ab ins Körbchen! Hörbchen! Hörbchen! Dich! Tja, okay! Dich! 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 Untertitelung des ZDF, 2020